Kacke, ich fäng hier fest. Ich will doch mal die Straße zünden. Mann. So. Schauen wir mal, was das hier bringt. Schauen wir mal, was das hier bringt. Jetzt ist das schon wieder halt so ein bisschen am Ruckeln, wo ich ja gerne umstellen würde, aber ich weiß nicht was. Okay, hier sind wieder... Warte mal, hier sind wieder krasse Sachen, die abgehen. Wir gucken mal ganz kurz, was das ist. Wenn das so drei, vier People sind, ja, dann machen wir die weg oder was? Ist ja easy. Hä? Wie komme ich denn da hin? Ach so. Mal vielleicht über diese Leiter, man weiß es nicht. Boah, was ist denn hier alles? Alles meins? Gut, das darfst du behalten. Kein Problem. Okay, wie komme ich da hin? Das ist ja frech. Überaus frech. Was bist du hier? Okay, wir gehen mal hier in Deckung. In Deckung. Oh, der hat sich... Junge. Oh, oh. Als ob. Da. Ja, das ist richtig. So, schön. Haben wir die Stadt doch wieder ein bisschen sicherer gemacht? Äh, freu ich mich. Ich bin mal auf die Mission gespannt, was das für eine Mission sind. Boah, Alter. Ha. Immer dieses Rumgebounce und Rumgefliege, ey. Unglaublich. Hui, ui, 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 ui. Das, diese Markierung ist cool. Ich kenne sowieso, manche Länder haben das richtig geil mit den Schildern gemacht. Die sind nämlich so, ähm, mit LED. Das ist halt übelst nice. So, mal gucken. Finde die Urne. Versteck. Ich laufe da jetzt einfach mal knallhart hin. Und wir gucken mal, was da abgeht. Ich weiß nicht, also es wird mich nicht direkt zum Versteck führen. Das wäre irgendwie sehr strange. Ja, 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 ja. Bin wieder weg. Tschüss. Okay, sieht der mich ja, ne? Der wird mich safe sehen. Ne, der sieht mich nicht. Okay, dann sieht er mich halt nicht. So, tschüss. Und tschüss. So, dich müssen wir auch mal looten. Danke. Und danke. Das war's schon. Das ist die Mission gewesen. Ah, easy. Okay, hey. Machen wir. Nehme ich doch gerne an, diese Gaben. Weil das ist ja easy gewesen. So können sie öfter sein, die Mission. Oh, das ist ja auch wieder so weit weg. Wo ist denn das? Genau. Aber ich kann nicht von hier jetzt sagen, jo, da bin ich hin. Also ich müsste hier hinlaufen und kann dann da. Okay. Dann laufe ich mal da und mache eine Schnellreise. Dann haben wir das auch mal gemacht. Bisher habe ich noch nie eine Schnellreise gemacht. Man kann es ja mal probieren, weil zwei Kilometer. Aber ich habe keinen Bock zu fahren. Ne? Ist ein bisschen weit weg. Okay. Okay. So, ich möchte gerne dahin. Danke. Obwohl es auch cool wäre, wenn die Schnellreise mit so einem fliegenden Taxi wäre. Oh, das wäre halt sick, ne? Das wäre echt sick. So, jetzt sind wir hier. Geil. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich hier in der Stadt bin. Da ruckelt es halt ein bisschen mehr. Aber das ging auch schon besser. Naja. Hallo, Herr Polizei. Tschüss, Herr. Ja, Herr Polizei, ich bin doch schon weg. Chillt doch eure Lane, ey. Ey, immer so aggressiv, ne? An alle NCPT-Subunternehmer. Hinweis auf Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Goldsmith Street. Oh Gott, das ist doch wieder so was. Der Regierungsfolger sind Scavenger unter der Führung von Barry Alken vor Ort. Alken wird wegen Mordes und illegalen Handels mit Cyberware gesucht. Die NC-Behörden bezahlen für die Neutralisierung von Alken und seinen Kompleten. Nur die Ruhe. Niemand muss hier sterben. Heilen, heilen, heilen. Oh, beweg dich doch nicht. Da einfach mal stehen, Junge. Oh Gott. Heilen. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Ach, geht doch. Mein Gott. Headshots, die müssen sitzen. Wenn die sitzen, nice. Wenn nicht, ha, blöd. Mann. Das hört auf. Danke. Stadt wieder sicherer gemacht. Nice. Nochmal 100 Street Crab dazu. Ach, komm schon. So, weiter geht's. Wir müssen mal hin. 100 Meter, das können wir noch zu Fuß hinterlegen. Genau, hinlegen. Easy Game. Wow. 41.000 habe ich mittlerweile. Holy Moly. Okay, dann kann ich ihm echt seine Schulden zurückzahlen. Dann kann ich das. Was ist das denn? Was ist das denn für eine geile Karte? Die würde ich ja auch. Also, sowas. Ich hoffe, sowas wird mir irgendwann angeboten. Dann kaufe ich mir die. Das wäre cool. Okay, irgendwie muss ich da oben rauf. Ich hole meinen Bruder. Mach doch. Kann auch nix für. Okay, aber erst mal muss ich die hier irgendwie ausschalten. Das schauen wir. Als ob mich einer sieht. Scheiße. Okay, das war blöd. Ich bin tot. Ja. Fuck. Warum sieht die mich denn? Die sieht es doch auch. Also, die andere sieht mich nicht, aber die sieht mich. Hm. Strange. Ah, jung, jung, jung. Also, ich bin in den fast vier Stunden nicht sehr weit gekommen. Machst du mich da wieder hinlaufen? Verdammt, ey. Ich wollte mein Motorrad rufen. So, wir fahren da jetzt hin. Keinen Bock mehr zu laufen, ey. Aber dann ist das nicht erledigt. Das ist ärgerlich. Niemand muss hier sterben. Komm von hier. Ich renne dich von. Ah. What? Oh, Alter. Nee. Legion habe ich nicht mehr abgeschlossen. Also, bisher habe ich es nicht mehr gespielt. Keine Lust. Auf, äh, Legion. Hier sind viele. Also, vielleicht mache ich das nochmal so irgendwann, aber... Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also, ich glaube, streamen würde ich es nicht. Ich hatte mal überlegt, ob ich eventuell das, äh... Ich hatte mal überlegt, ob ich eventuell, ähm... Äh, das aufnehme und ein bisschen zusammenschneide oder so, aber bisher noch keine Lust gehabt und Zeit. Und deswegen, äh... Noch nicht weitergeplayt. Alle, was nicht ist, kann er nur werden. Es läuft ja auch nicht weg, aber bisher auch kein Bock. Also, ja. Okay, wie komme ich da hin? Na, wir wollen mal kurz auf die Map gucken. Das ist das, oder? Nee, ist das nicht. Ah, das ist was anderes. Na gut. Das wird mich da schon irgendwie hinführen. Ich muss kurz was trinken. Alter. Geh auf. Aber was heißt langweilig? Ich glaube, es gibt schon Leute, ähm, die das Spiel gut finden. Äh... Aber momentan gehöre ich da nicht zu. Also, dementsprechend für mich ist es ein bisschen langweilig. Okay, hä, wieso ich denn noch hochkomme? Ah, hier. Alrighty. Ich finde halt diese Mechanik, dass du ganz viele Leute einfach, äh... Mit denen du spielen kannst, halt ein bisschen nervig, weil... Ich... Bliot, Niet! Och. Oh. Meine Fresse, du. Als ob, die ein Scharfspitzen haben. Ich glaube, es hackt. Ja, treffe ich glaube ich nicht. Ha! Scharfschützer am Arsch, ey. Die ist tot? Wollen wir mal fix? Ne, die ist doch nicht tot. Oh. Kann ich irgendwie über... Jawoll, Kurzschluss, mein Freund. Alter, wie schnell ich den hacken. Oh, oh. Wer macht das? Von da hinten irgendeiner aus... Keiner Ahnung. Frech. Das gefällt dir. Was? Das gefällt dir. Was? Ich würde die auch gerne sehen. Wo sind denn die ganzen Gegner hier hin? Da. Tschüss. Schön. Weg da. Die Waffe gefällt mir sehr gut. I like it. Okay. Ausschalten. Dahin, da ist sie, die kleine Kuh. Okay, wir tauschen kurz die Plätze, ne? Danke. Was? Ach, du bist funny. Ah, tschau. Okay, der fehlt ein bisschen was. Macht aber nichts. Ist nicht so schlimm. Okay, was genau? Game. What you want for me? Hier, irgendwo ist hier noch einer. Aber, ich weiß leider nicht wo. Lokales Netzwerk. Äh, ausschalten. Sehr gut. Aha. Ruhe. Da war noch jemand. Alles klar. Oh, ich bin schon wieder überlastet. Schön. Streetcrat. Auch wieder verbessert. So, wir gucken nochmal. Weapons. Was ist das? Eine Schrotflinte. Die macht schön Damage. Das finde ich toll. Ich mag diese Waffe. Ich kann es einfach nicht. Ich behalte die, glaube ich, auch. Weil ich glaube, die ist besser. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber, ich denke schon. Und die können wir mal wechseln. Und den Rest werde ich mal wieder zerlegen. Wie sich das gehört. Zack, zack, zack. Da kriege ich nämlich mal schöne Items. Wir sammeln ja doch immer so viel Rotfe auf, ne? Das ist unglaublich. Da muss man zwischendurch halt leider auch mal ein bisschen hier gucken, was man so hat. So ein Messer. Alter, das behalte ich mal. Machete. Machete ist nice. Behalte ich auch. Das geht weg. Das geht weg. Das behalten wir auf jeden Fall. Rest weg. So, hier haben wir wieder. Müsste ich mal raufsetzen auf meine Waffen. Weil das ist ganz gut. Reichweite. Zeit fürs Zielen. Okay. Kein Plan. Was haben wir raus? Anreiz. Schauen wir mal aus der Tarnung, ne? Ja, komm. Wir machen mal ein bisschen was auf die Waffen drauf. Okay, hier kannst du nichts drauf. Hier kann man nichts drauf machen. Okay. Ui. Höhere Reichweite. Nett. Machen wir mal. Machen wir mal. So, eigentlich den Rest kann ich wegmachen, ne? Okay, das kann ich nicht auseinandernehmen. Alles klar. Mh. Alter, das sieht ja auch strange aus. Nein, naja, wir lassen mal die Waffe an. Das ist schon ganz cool. Mh, die Waffe vor allem. Die Jacke, meine ich. Zerlegen. 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 Nein. Oh Gott, jetzt hab ich die gelbe Jacke zerlegt, ne? Ne, hab ich nicht. Geistesgegenwärtig wie ich bin, hab ich's nicht getan. Sehr gut. Boah, okay, die Panzerung ist natürlich insane krass. Können einfach so rumlaufen. Wär auch nicht schlecht. Ich mag ja dieses Oberteil, deswegen, äh, nö. So. New Hosen. Die find ich schon mal doof. Die find ich auch doof. Die könnte was sein. Das hat Jeans. Ja, geht so. Das ist genau die Waffe, die Panzerung wird hier schlechter angezeigt. Das macht gar keinen Sinn. Na, wir nehmen das hier. Schuhe. Was haben wir denn an Schuhen bekommen? Oh, die Panzerung ist natürlich deutlich besser. Ah, das ist natürlich blöd, weil ich glaube, wenn ich eine andere Hose trage, wie zum Beispiel diese, dann geh die Schuhe drüber, weil das find ich eigentlich ganz cool. Passt halt null dazu, ne? Naja. So, ist ja auch Mischmasch alles hier, muss man ja auch sagen. Boah, hier ist so viel Kacke. Ne, so lang. Fetzige Schuhe hier, die ist auch cool. Ich mag halt nur Sachen nicht, will ich nicht haben. Also, wir nehmen mal alles auseinander hier, ne? Aber dass man nichts sagen kann, ich möchte gerne alles in dieser Kategorie weg. Ich hab gar nichts da drin, aber gut. Was ist das denn, Junge? Na ja, bei Star Wars. Na gut, hab immer noch eins. Ey, was soll's. So, hab ich das ein bisschen verringert. Da können wir mal weiter zum nächsten gehen, würde ich sagen. Ja. Und dann? Okay.